Die magnetische Tablet-Autohalterung ist eine Vorrichtung, die entwickelt wurde, um Tablets sicher im Auto zu befestigen. Sie funktioniert durch einen Magneten, der das Tablet an Ort und Stelle hält, ohne dass es verrutscht oder herunterfällt. Diese Halterung ist wichtig, da sie es dem Fahrer ermöglicht, sein Tablet während der Fahrt als Navigationsgeräte oder zur Unterhaltung zu nutzen, ohne dabei abgelenkt zu werden. Durch die magnetische Befestigung bleibt das Tablet sicher und stabil positioniert, was die Sicherheit auf der Straße erhöht und gleichzeitig den Komfort für den Fahrer verbessert. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten magnetische Tablet-Autohalterung. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Top-Handy-Halterung Automagnet. Die beste Autohalterung für Handys verfügt über äußerst starke Magneten, um Ihr Telefon auch auf unebenen Straßen sicher zu halten, ohne das Telefonsignal zu beeinträchtigen. Durch das innovative Hacken-Clip-Design lässt sich die Halterung sicher an den Lüftungsschlitzen befestigen und dank des einstellbaren Zahnrads an verschiedene Belüftungstiefen anpassen. An der Seite des Magnetständers befindet sich ein drehbarer doppelseitiger Gummikabel-Clip, der dafür sorgt, dass Ihre Autokabel ordentlich bleiben. Sie können die Kabel leicht entfernen, wenn Sie Ihr Telefon aufladen möchten. Das 360-Grad-Kugelgelenk ermöglicht es Ihnen, den Betrachtungswinkel für eine klare Bildschirmansicht im Hoch- oder Querformat anzupassen. Das Einsetzen oder Entfernen des Telefons mit nur einer Hand ist einfach. Nachdem die Metallplatte auf der Rückseite Ihres Telefons oder Telefongehäuses angebracht wurde, kann die magnetische Autohalterung in weniger als einer Minute installiert werden. Hier ist der Punkt Nummer 4, Lameckel-Händehalterung Auto. Die Lameckel-Maxif-Autohalterung ist mit 20 leistungsstarken N52-Magneten ausgestattet, die eine beeindruckende Magnetkraft bieten. Mit dieser starken Anziehungskraft kann die Halterung problemlos bis zu 10 Handys sicher halten, selbst während einer Vollbremsung oder auf holprigen Straßen. Das rindförmige geschlossene Magnetfeld stört das Signal nicht, sodass Sie problemlos navigieren und Anrufe tätigen können, während Sie sicher unterwegs sind. Diese Autohalterung für Maxif besteht aus hochwertigen Materialien, die Sie besonders robust und langlebig machen. Das kompakte und leichte Design minimiert den Druck auf die Lüftungsschlitze und behindert nicht den Luftstrom. Eine Silikonschicht auf der Oberfläche verhindert ein Verrutschen und Kratzen Ihres Telefons und bietet zusätzlichen Schutz. Die Lameckel-Händehalterung Automagnet ist Ihr zuverlässiger Begleiter unterwegs. Dank des innovativen Hakenclip-Designs lässt sich die Maxif-Autohalterung sicher und stabil an der Lüftung befestigen und die Metallhaken sind widerstandsfähiger als herkömmliche Clips und Kunststoffhaken. Damit wird das häufige Problem von gebrochenen Haken auf dem Markt effektiv gelöst. Der Punkt Nummer 3, Luca-Händehalterung Automagnet-Lüftung Dank der integrierten 5N52-Magnete bietet diese Kfz-Händehalterung eine ausgezeichnete magnetische Stärke, um Ihr Gerät auch auf unebenen Straßen sicher zu halten. Trotz der starken Magneten wird das Signal nicht beeinträchtigt. Der magnetische Autotelefonhalter kann um 360 Grad sowohl vertikal als auch horizontal gedreht werden, um Ihren Blickwinkel während der Fahrt optimal anzupassen. Sein kompaktes Design stört nicht Ihre Sicht und verleiht Ihrem Auto stets ein aufgeräumtes Aussehen. Die Installation des Autotelefonhalters ist denkbar einfach. Befestigen Sie ihn einfach an Lüftungsschlitz. Nachdem Sie die Metallscheibe auf der Rückseite Ihres Geräts oder der Telefonhülle angebracht haben, können Sie das Gerät jederzeit mit einer Hand in die Halterung einsetzen oder daraus entfernen. Im Lieferumfang enthalten sind vier Metallscheiben, die Sie auf verschiedenen Geräten verwenden können. Dank des hochwertigen Silikons auf der Oberfläche werden weder Ihre Lüftungsschlitze noch Ihre Geräte beschädigt. Nummer 2 in unserer Liste – EPS 2K Magnethalterung Auto Mit dieser Autosmartphone-Halterung können Sie Ihr mobiles Gerät sicher und schnell an den meisten ebenen Oberflächen außer Leder, Vinyl und weichen Oberflächen befestigen. Diese PKW-Hindehalterung ist mit allen Smartphones für Auto, Zuhause oder Büro kompatibel. Unser patentierter Saugnappsockel in Industriestärke bietet einen starken, sicheren Halt auf Armaturenbrettern, Windschutzscheiben, Arbeitsplatten, Schreibtischen, Tischen und anderen Oberflächen. Sechs leistungsstarke Magnete sorgen für einen festeren Halt Ihrer Geräte im Vergleich zu herkömmlichen Magneten. Selbst auf holprigen Straßen und mit den schwersten Smartphones bleibt Ihr Mobiltelefon sicher am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe haften. Ein um 360 Grad Dreh- und ausziehbarer Teleskoparm ermöglicht Ihnen einen unbegrenzten Betrachtungswinkel. Die innovative Kugelgelenkonstruktion erlaubt eine 360-Grad-Einstellung. Der Teleskoparm kann von 4, 6, 11, 7 cm auf 6, 29, 16 cm ausgefahren und für einen optimalen Betrachtungswinkel nach oben oder unten bewegt werden. Sie genießen eine optimale Sicht aus fast jedem Winkel, ohne lästiges Schrauben, einfach ziehen und drücken, um die Länge einzustellen. Die Nummer 1 in unserer Liste, Flovene KFZ-Händehalterung. Die Kabelklammer präsentiert ein innovatives Design. In der Regel herrscht im Auto ein Chaos mit den Kabeln oder Sie verheddern sich im Bageninneren. Mit den zwei seitlichen Öffnungen des Handyhalters können Sie die Kabel ordentlich durchziehen, was für eine aufgeräumte Atmosphäre sorgt. Dank der fünf eingebauten Magneten bleibt Ihr Handy auch bei holprigen Fahrten stabil und sicher an seinem Platz. Trotz der starken Magnetkraft bleibt der Empfang Ihres Geräts unbeeinträchtigt. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihr Handy bei abruptem Bremsen oder Kurvenfahrten wackelt oder herunterfällt. Der drehbare Kugelkopf der Halterung ermöglicht eine 360-Grad-Drehung, damit Sie Ihr Handy in den optimalen Blickwinkel bringen können, was die Navigation deutlich erleichtert. Zudem nimmt der Händehalter im Auto kaum Platz ein und beeinträchtigt Ihre Sicht während der Fahrt nicht. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten magnetische Tablet-Autohalterung unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.